Hallo Leute! Moin! Ich bin hier mit zwei anderen Typen. Den einen keppert schon mal von Minecraft, das ist der Jason. Hallo! Oder Gwynion wie er hier heißt. Und das andere ist der Alex. Der Copyright, nicht der Ambrose. Ja, mich kennt man nur aus dem Clan-Video. Der... Wenn man's geguckt hat. Ja, das geguckt hat. Und keppert ihn halt. Also von mir aus kann's losgehen, ne? Ja, da musst du nur Alex noch bestätigen. Ja, wir spielen jetzt Magiker? Ach wirklich? Nö, fertig mal. Verweilt ein wenig. Ja, das sieht man nicht so gut. Kann ich mir vorstellen. Der handelt von Kergern und Kriegerexen. Zauberern und dann... Nach von Zauberern gehen. Nach von Zauberern gehen. Nach von Zauberern gehen. Ja. Ja, bitte. mal ein Land... Name mit Gar. Name. Oh... Oh. Dort lebte ein mächtiger Zauberer namens Krimiier. Denn es drängt sich die Magie in all ihren Formen ... Die Magie. Die Magie? Ja... Ja, Leute, irgendwie hab ich mit der Exkrieg ist der Abzug auf das Ordens der Macht wenn ich jetzt nicht mehr nicht mehr das Video und sein Plan war ein Niedsrichter war jetzt fängt es an mit dem Bild so kam nein das Video ist Anhänger aus dem Ort dagegen die Tüberschule der Welt ans Weltenende verbannt für immer und das war es nur den Goblin-Krimineer der da rumhängt so genau der Krimineers abnorme Ambitionen zerspäckert Dala war die Welt sicher wieder einmal abzuhörten vermehrten Monster besuchen wo der eine Goblin da auf die anderen schieft äh, wir sind wieder bei Kahn von beim Kahn sind wir ja nun die Prachtstadt Havindir bedrohte Havindir aber im dunstigen Klanze von Schloss Aldirheim dem Sitz des Ordens schickte sich ein brillanter Lehrmeister mit seinen Eliteeleven an zu verhindern, dass sich die Welt jemals wieder ändern sollte und zwar für immer Havindir Warten auf andere Spieler Warte mal, bei mir seh ich gar nix ich hab Blackstream Ich hab null FPS Wow Ja ne? Schon mal gut, oder? Sehr gut Ich weiß Irgendwie auch ein Blackstream Wie auf dem Blackstream? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Nichts Da bin ich schon mit der Aufnahme Neustart und Mitgegenert Ah gut Warte und die Valle Warte und die Valle Warte Warte und die Valle Warte ist Warte 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 So ich mag sein Handschuh Ja, was auch immer, der da immer arbeitet. Du hättest das lesen können. Wir können uns gegenseitig hauen. Aua, hau, du schlagen, du Arsch. Gibt mir die Grenzen! Wir haben jemanden schon siedelt im Schnee gezählt hier. Okay. Hast du auf dich zu hauen? Guck mal, siehst du von mir? Dinke, dinke. Lass mal, hier ist mir erstmal alles erkunden, oder? Haben wir schon. Ja, und, aber nicht im Video. Ja, stimmt das schon. Siehst du? Na gut. Hey, wir sind irgendwie umverwundet, oder? Ich weiß nicht, wer von euch wer ist, weil ihr alle beide schwarz seid. Ich bin der Graue und der Heiler. Ich bin der Ninja. Ich bin der Heiler hier. Ich bin der Heiler hier. Auf ihn zu prügeln, man. Du bist der Heiler. Ich kann aber leider noch nicht heilen. Wieso bist du so schnell? Du bist so schnell? Ja, weil ich bin ja bin, ich bin schnell und leicht. Juhuhu. Vollerleiter wie vor. Juhuhu. Ich bin der Arme. Hey, das Leben verloren wie dir. Du kannst weiter faustig ausweichen. Mach was, er will mich schlagen. Mach was, er will mich schlagen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube wir werden uns in das Spiel öfter umbringen. Also gegenseitig. Ja, Hauptsache keiner mit dem Feuer zauber hat. Wieso nicht? Weil ich immer Eis mache und er wahrscheinlich blitzen. Ich mach Blitz und Eis zusammen. Und AK. Ich nehm neuerdings immer Blitz und Wasser. Ja. Ich mach Blitz und AK. Weil mit Feuer vertrenne ich mich immer selber. Ne, ich hab so ein lustigen Streit den ich euch schon gezeigt habe. Oder dir zumindest. Ne, ich mach immer diesen Eisstreit. Oder diesen R2. Ne, ich mach immer, ich mach immer AK, ne. Blitz und Eis zusammen. Ja, sie haben uns umgebracht. Ja, oder ich mach, ähm, diesen Hals verbessertes Eis zweimal. Ach, mach du Feuer. Mach Feuer, das zieht durch. Ja, ne. Und Jason macht nix, der steht nur rum und halt. Halt die Fresse. Keiner, Keiner. Ich mach mal einen kleinen Back zeigen. Warte mal, pass mal auf, ich bin ja dein Ding. Ja, ich kann das. Du bist schon halb tot. Du bist schon halb tot. Böhne. Du gehörle. Nein, du hast weniger, ich hab weniger Leben als hier. Ah, hier, pass mal auf, das kann ich das hier. Warte, 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 warte. Aha. Was ist das, was hab ich da beschworen? Uh, ich bin cool. Ja, du, äh, das ist dein Insektenschwarm. Aber ich kann mich porten. Aua. Aua. Ich hoffe, ich ist zu messern. Warum kann ich noch keine Art Zauber machen, ist doch kacke. Kannst du doch? Ich hab ne Armbrust. Ja, aber ich mein, so, Carsten. Es ist mir nur auf dich bis jetzt. Ja, merke ich. Was kann ich hier spawnen? Das finde ich so doof. Ich muss so irgendwie... Ey, wieso bin ich wieso kotzig? Ich werd mich vergiftet. Ja, das war wahrscheinlich dein Insekten-Schwarm oder was so. Feuer. Äh, Schadensee niedrig. Au, 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 au. Ich will nicht brennen, ich will nicht brennen, ich mag das nicht. Vergiftet der ein? Will da nicht rein, ne? Also, mein hat ne Zauberstärke in der Aura. Nein, verdammt, ich warte nicht. Ah, du bist so blöd zum Ziel, ey. Boom, so. So macht man das. Ah, ne. Du heilige Scheiße. Geh bloß, ne? Oh Gott. Ah, deine Fähigkeit. Ah. Na, was machst du mir jetzt? Du, ich hab's gepowered. Aber ich hab's gepowered. Ich werd ganz sicher nicht nirgen lassen. Machen wir irgendwie. Ja, wüsste ich das, nö. Ja, noch können wir ihn leider nicht wieder belegen, deswegen bin ich jetzt auf Dauerflug. Ihr müsst diesen, äh, Unspell machen. Ja, sicher. Wieso jeder hat doch einen davon anmachen können. Ah, karen. Da hin, Steph. Ich bin endlich wieder spawnen. Das dauert doch. Ja, leider. Leider bist du ja. Ja, leider bist du ja. Mauf. Kommt ihr? Äh, der hat mich eingefroren. Ich weiß. Wasser erlernt. Wow, was hast du jetzt gemacht? Du hast mich eingefroren. Ja. Warte, warte, warte. Oh, es gibt einem viel geiler Sinn. Ich kann alle auf einmal so wieder spielen. Wieder wurscht. Aber am lustigsten ist sowieso der hier. Ach, schade. Auch. Oh, du Knalli. Du hast mich last gemacht. Wartet. Wartet. Bevor... Ich mach erst mal alles casten, sonst sind wir gleich wahrscheinlich tot. Ach, schon stimmt. Wir müssen jetzt den Scheißing casten. Okay, jetzt bin ich auf fast. Ich auch. Ich bin sowieso schneller als ihr. Ich hab dich irgendwie weggebrochen, oder? Ich muss mal kurz meinen Strahl gucken. Wie war das denn? Oh, oh. Entschuldigung. Warte, wir waren wiederbeleben. Kannst du noch nicht. Kann ich so nicht? Du standst mir im Weg. Du stehst scheiße. Ja, ja, ja. Boah, ich hab mich jetzt gebraten. Genau, ja. Ja. Du bist so'n Knallhütte. So'n Knallhütte, ey. Ich steht einfach falsch. Merkt ihr das? Ja, ja, ja. Ich steht mir im Weg. Jetzt spawnen wir aber auch wieder. Ja. Ach, ich mach das hier schnell. Wo seid ihr denn? Ach, da. Hier. Aber... Viel Spaß euch. Fertig. Ja. Was war das denn jetzt? Ich hab das sei kaputt gemacht und sehen. Stenner doch untergehauen. So, komm, das war so langweilig. Es ging schnell. Ich hab das vielmehr selber gekriegt. Sagt der Typ, der sich um wieder hinten weg portet. Wollen wir die jetzt alle töten? Da wollen wir gleich sofort den Stab holen, der Links ist. Ja, klar. Ich hab Tomate verstanden, ich mag Eke. Wiederbelebung erlernt. Ja, endlich. Jetzt werden wir uns wiederbeleben, wenn wir uns hier rumbringen. Ja. Das ist wohl der beste Torwart, die wir nicht machen. Lass mich den mal ausprobieren. Doch, lass mich den mal ausprobieren. Das wird lustig. Glaub mir. Ja, mach dir jetzt an. Ist ja wurscht. Ich mach mir auch jetzt mal chill. Dann bringt er hier drin eh nichts, also. Sicher? Echt nicht? Brinkt er hier drin tischt? Ja. Wieso bringt er hier drin tischt? Absturz auf den Desktop ist eh der geilste, ey. Was war denn? Ach, scheiße. Ich hab falsch gemacht. Ist egal. Ich töte jetzt einfach. Aua, Aua. Ich brenne. Ich brenne. Ah, ich brenne noch mehr. Halt auf damit. Ah, noch mehr. Uff, vollidiot. Was war denn wiederbeleben? Du sollst dir Wasser auf dich aufmachen, du Knalltüte. Verdammte Scheiße. Wow. Das wollen wir nicht wieder erwähnen. Okay, komm. Wow. Wer hat das denn...